Jetzt kommen wir zur Aufgabe g. Bestimmen Sie die relativen Extremwerte der folgenden Funktionen. Also erstmal g1, wir haben die Funktion y-x² in Klammern mal e hoch minus 2y. Okay, für die relativen Extremwerte von Funktionen mit zwei Variablen gibt man im Prinzip erstmal genauso vor wie bei Funktionen mit anderen Variablen. Wir leiten erstmal ab. Wir haben aber jetzt nicht nur eine partielle Ableitung, sondern wir haben ja immer zwei erste partielle Ableitungen und wir haben vier zweite partielle Ableitungen. Die bilden wir als erstes. Also fangen wir an mit den Ableitungen. Gut, also erstmal nach x abgeleitet. fx kommt raus. Wir haben hier keine Produktregel. Nur y-x² enthält 1x. e hoch minus 2y ist ein konstanter Faktor, den wir mitziehen. Die Ableitung von y-x² nach x ist minus 2x. Also minus 2x mal e hoch minus 2y. Das ist fx. Dann bilden wir fy. Ableitung nach y. Hier haben wir Produktregel. Wir haben also erstmal den Vorderanteil. Die Ableitung von y-x² ist 1. Mal v, also mal e hoch minus 2y. plus unser u, also y minus x². Mal die Ableitung von e hoch minus 2y. Das ist erstmal die äußere Ableitung, bleibt stehen. Und die innere Ableitung ist minus 2y abgeleitet, einfach minus 2. Okay, dann fassen wir das zusammen. Dann steht da e hoch minus 2y mal 1 minus 2y plus 2x². Gut, dann wählen wir die zweiten Ableitung. Erstmal fxx. minus 2x mal e hoch minus 2y abgeleitet. Ist dann einfach minus 2 mal e hoch minus 2y. Dann die Ableitung fy, y. Wir leiten also das hier erneut nach y ab. Dann haben wir wieder Produktregel. e hoch minus 2y mal minus 2. Schreibe ich die minus 2 einmal davor. Also minus 2 e hoch minus 2y. Den Rest schreiben wir ab. Plus u, also e hoch minus 2y mal v Strich. Und die Ableitung davon ist hier einfach minus 2y. Das heißt, dann haben wir e hoch minus 2y mal minus 2 minus 2 ist minus 4. Plus 4y minus 4x². Okay, dann kommt noch die gemischte Ableitung. Also die Ableitung fxy. Und da wissen wir schon, die entspricht auch der Ableitung fyx. Das heißt, wir können uns jetzt aussuchen. Entweder nehme ich die Ableitung fx und leite die nach y ab. Das wäre also die hier. Oder ich würde die Ableitung fy nehmen, die grau unterstrichen, und die nach x ableiten. Ich glaube, wir nehmen die obere. Das lila leiten wir also jetzt nach y ab. Das heißt, minus 2x ist mein konstanter Faktor, den nehme ich mit. Und e hoch minus 2y abgleitet, das ist einfach e hoch minus 2y mal minus 2. Also haben wir da stehen 4x mal e hoch minus 2y. Okay. Und jetzt haben wir als nächsten Schritt genau das Gleiche, was wir auch bei Funktionen mit einer Variablen haben. Wir haben eine notwendige und eine hinreichende Bedingung. Die notwendige Bedingung ist, dass die Ableitung gleich 0 sein muss. Und das in beiden Richtungen, sowohl in x- als auch in y-Richtungen, muss ich eine horizontale Tangente, also eine horizontale Tangentialebene brauche ich. Erst dann liegt ein Extremwert vor. Beides, fx und fy, müssen erfüllt sein. Gut, dann haben wir fx errechnet mit minus 2x mal e hoch minus 2y gleich 0. Und fy ist hier 1 minus 2y plus 2x² mal e hoch minus 2y gleich 0. Das ist hier, und das wird auch bei diesen Aufgaben immer der Fall sein, ist ein nicht-lineares Gleichungssystem. Nicht-linear, weil x zum Beispiel hier zum Quadrat auftaucht, in dem Fall dann hier das y in der e-Funktion drin steht. Also wir haben kein lineares Gleichungssystem, bei dem wir wissen, dass es entweder gar keine Lösung, eine oder unendlich viele gibt. Hier ist es ein nicht-lineares Gleichungssystem und es gibt hier, es kann auch 2, 3, 4 oder 5 Lösungen geben. Das kommt immer darauf an. Werden wir aber auch bei den folgenden Beispielen noch sehen. Gut, wenn wir uns die erste Gleichung anschauen, dann sehen wir minus 2x mal e hoch minus 2y, das ist ein Produkt. Und das Produkt soll gleich 0 sein. Wenn da ein Produkt gleich 0 ist, dann kann ich ja jeden Faktor einzeln gleich 0 setzen. Also, ich sage einmal minus 2x gleich 0, das ist immer dann, wenn x gleich 0 ist. Oder ich schaue mir e hoch minus 2y an, das ist das gleich 0. Das geht nicht. Die e-Funktion ist nie gleich 0, das heißt, die Gleichung hier oben, minus 2x mal e hoch minus 2y gleich 0, ist nur für x gleich 0 erfüllt. Das y ist, wenn x gleich 0 ist, dafür egal. Aber die oberen Gleichung ist im Fall nur erfüllt, wenn x gleich 0 ist. Alle anderen x-Werte führen zu einem Ergebnis ungleich 0. Gut, dann gucken wir uns das unter an. Bei dem unteren ist auch wieder ein Produkt. Wir haben eine Klammerterm mal die e-Funktion. Bei der e-Funktion wissen wir, okay, die ist wieder ungleich 0, die kann nicht gleich 0 sein, das ist gleich wie oben. Das heißt, wir gucken uns jetzt nur auf den Teil an, 1 minus 2y plus 2x² gleich 0. Wenn dieser Faktor 0 ist, dann ist das ja auch erfüllt. Wir wissen aber, dass die obere Gleichung nur für x gleich 0 erfüllt ist. Das haben wir gerade schon gesagt. Also die obere Gleichung ist nur für x gleich 0 erfüllt. Das heißt, das setze ich jetzt ein. Für x gleich 0 habe ich 1 minus 2y gleich 0. Und das heißt, y ist gleich 1,5. Das heißt, der Punkt, der uns jetzt interessiert, den wir anschauen müssen, ob dort tatsächlich ein Extremwert vorliegt, ist x gleich 0, y gleich 1,5 und ein z-Wert, den wir noch nicht kennen. Den könnten wir jetzt ausrechnen, aber lassen wir es erstmal. Das ist auf jeden Fall der Punkt, für den wollen wir jetzt schauen, liegt da tatsächlich ein relativer Extremwort vor. Ja, und da gibt es jetzt die hinreichende Bedingung. Und die hinreichende Bedingung ist d fxx mal fyy minus fxy zum Quadrat und das muss größer 0 sein. Nur dann liegt ein relativer Extremwert vor. Okay, dann rechnen wir das mal aus. Dafür müssen wir also fxx auswerten, an der Stelle 0,5. kommt raus, minus 0,7358. Dann werten wir fxy an der Stelle 0,5 aus, kommt 0 raus. Und dann werten wir noch fyy an der Stelle 0,5 aus, kommt minus 0,7358 aus. Okay, dann rechnen wir das d aus. d ist dann minus 0,7358 mal minus 0,7358 minus 0 Quadrat kommt raus, 0,5413 und das ist größer als 0 und wenn d größer als 0 ist, dann wissen wir, wir haben einen relativen Extremwert. Wir wissen an der Stelle nicht, ob es ein Maximum oder Minimum ist. Dafür gucken wir jetzt noch fxx an. Also wir schauen nochmal fxx an der Stelle 0,5 war minus 0,7358. Das ist kleiner als 0 und deshalb haben wir ein Maximum bei 0,5 und jetzt rechne ich den z-Wert aus und das mache ich einfach, indem ich in die Ausgangsfunktion, also die hier grün unterstrichene, indem ich da einfach den Punkt 0,5 einsetze für xy. kommt dann raus 0,1839. Das ist also das Maximum. Wenn jetzt hier fxx größer als 0 gewesen wäre, dann hätte ich ein Minimum an der Stelle gehabt, was wäre, wenn d kleiner 0 ist. Für d kleiner 0, das ist jetzt unabhängig von der Aufgabe, liegt ein Sattelpunkt vor. Das hatten wir jetzt hier nicht, aber falls das mal kommt, d kleiner 0, liegt ein Sattelpunkt vor. Und für d gleich 0 haben wir keine Aussage möglich. Und nur für d schreibst du euch hier nochmal mit auf, für d größer als 0 habe ich einen relativen Extremwert. was das heißt wir machen das ist für